Der Actionheld Wie läuft diese Adoptionskiste denn so? Nicht so toll. Glaubst du, du könntest, was ich kann? Mach davon mal ein Bild. Mein Werkzeug sind menschliche Gefühle. Lazarus hatte sich einer Pigmentierungsoperation unterzogen, um einen afroamerikanischen Sargent spielen zu können. Scheiße, ja! Sie sind Hollywoods Topstars. Du darfst nicht sterben, Paulie. Traurig, sei ganz, ganz traurig. Sorry, können wir abbrechen? Was ist denn jetzt los hier? Doch der Film, den sie gemeinsam drehen... Los, drehen wir den größten Kriegsfilm aller Zeiten! ...wird plötzlich zur Realität. Das wirkt ziemlich echt. Genau. Das müssen wir nutzen. Jetzt laufen wir hier einfach so durch die Gegend. Wir haben uns total verirrt, man. Die Leute, gehen wir endlich wieder nach Hause. Wollt ihr diesen Film wirklich dausen lassen? Typen wie ihr seid echt zum Kotzen. Ha! Was meinst du mit wie wir? Was meinst du denn mit wie wir? Oh, Scheiße! Wir haben Speedman! Gab es Änderungen im Drehbuch? Wir sind ausgebildete Schauspieler. Ja, Mann! Stehen wir unseren Mann! Ein paar von uns kommen vielleicht nicht wieder zurück. Wie meinst du das? Nicht auf demselben Flug? Ben Stiller. Jack Black. Robert Downey Jr. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Typ, der einen Typ spielt, der sich als anderer Typ verkleidet. Weg die Brücke! Tropic Thunder! Tropic Thunder! Tropic Thunder! Tropic Thunder! Da肉ie! T lymphies! осьbe BZ T慒